...diesem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe große Erwartungen an diese Partie, denn beide Mannschaften, die haben auf der Pressekonferenz jemals gesagt, dass sie auf Sieg spielen wollen. Der Rasen ist in einem idealen Zustand. Das Stadion ist ausverkauft und mit den sehr angenehmen Temperaturen und dem wolkenlosen Himmel hart. Das ist nicht mehr regelkonform, das muss Freistoß geben. Ganz schön dünnes Eis für ihn, also viel mehr darf er sich nicht erlauben. Ja, der Schiedsrichter hat eine Menge Geduld und belässt es nochmal bei der Ermahnung, aber irgendwann ist Feierabend. Brand. Scham. Gerassi ist abseits. Hummels. Wolf. Er drischt ihn einfach mal nach vorn. Nee, da ist schon wieder Innenstation. Hummels hat gut aufgepasst. Schlotterbeck sucht seine offensiven Kollegen. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig, er kommt nicht zum Abschluss. Das sieht mir gerade nach einer Strategie nach dem Motto aus, lass erstmal die anderen machen. Er haut den Ball ganz lang. Den will er haben. Ball ist draußen, der Ball ist draußen, ein Wurf. Und schwupps am Gegner vorbei. Das ist mal eine Ballkontrolle. Tür zu, vor und runter, kein Vorbeikommen. Gerasi fordert den Ball. Gerasi fordert den Ball. Ein Risikoball, aber mitten rein in die Abschlussposition. Wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Halbseitpfiff. Und noch sind keine Tore gefallen. Den will er haben. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Und belässt es nochmal bei der Ermahnung, aber irgendwann ist Feierabend. Brand. Scham. Gerasi. Ist abseits. Hummels. Wolfen. Er drischt ihn einfach mal nach vorn. Nee, da ist schon wieder Endstation. Hummels hat gut aufgepasst. Schlotterbeck sucht seine offensiven Kollegen. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss. Da hat er den Überblick behalten. Das sieht mir gerade nach einer Strategie, nach dem Motto aus, lass erst mal die anderen machen. Er haut den Ball ganz lang. Den will er haben. Ball ist draußen, Einwurf. Und schwupps am Gegner vorbei. Das ist mal eine Ballkontrolle. Tür zu, Vorhang runter, kein Vorbeikommen. Gerasi fordert den Ball. Tolle Chance! Viel zu weit am Tor vorbei. Ein Risikoball, aber mitten rein in die Abschlussposition. Wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Halbzeitpfiff. Und noch sind keine Tore gefallen. Den will er haben. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Und schwupps am Gegner vorbei. Das ist mal eine Ballkontrolle. Tür zu, Vorhang runter, kein Vorbeikommen. Gerasi fordert den Ball. Tolle Chance! Viel zu weit am Tor vorbei. Ein Risikoball, aber mitten rein in die Abschlussposition. Wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Halbzeitpfiff. Und noch sind keine Tore gefallen. Den will er haben. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Halbzeitpfiff. Und noch sind keine Tore gefallen. Den will er haben. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Brandt, er könnte zum Tor ziehen. Er steigt hoch. Guter, flacher Ball und auch wirklich gute Abnahme.